Moin liebe Freunde vom HSV und von Moin Volkspark. Ich bin heute nicht in Hamburg, nein, ich bin tatsächlich in Österreich. Um genau zu sein, bin ich in St. Johann, Tirol. Wenn ihr euch fragt, warum bin ich nicht in Kitzbühlen, hat folgenden Grund, der HSV trainiert tatsächlich in St. Johann und der Trainingsplatz, der ist nur wenige Kilometer von meinem Hotel entfernt. Da war ich heute schon, es war niemand da, außer ein paar Kids, die gekickt haben und ein paar Vereinsmeiern, die da ihren Kaffee getrunken haben. Aber die blauen Fahnen waren schon da, die Werbebanner. Morgen wird da der HSV anfangen mit dem Trainingslager, mit den ersten Trainingseinheiten. Und morgen Abend gibt es gleich ein Testspiel gegen Viktoria Pilsen. Viktoria Pilsen, da war doch was. Ja, die haben letzte Saison noch gegen Bayern in der Champions League gespielt, in der Gruppenphase und sind sechsmaliger tschechischer Meister. Ja gut, warum nicht? Also wenn wir gegen den Sechsligisten 3 zu 2 gewinnen, dann viel Spaß. Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich ein toller Gegner, Viktoria Pilsen. Ist echt ein großer Verein, großer Name, der auch international immer wieder auftaucht. Und es hat so ein bisschen was von alten Zeiten, als der HSV noch in der Europa League gespielt hat. Deswegen freue ich mich besonders drauf und ich freue mich natürlich auch drauf, einfach mal die ganzen Talente zu sehen, auch von Viktoria Pilsen. Worauf ich mich aber am meisten freue, ist tatsächlich die Mannschaft des HSV. Da bin ich gerade in St. Johann angekommen, da verkündete HSV schon die nächste neue Verpflichtung nach Leve Nacionali, Emmanuel Farai und Guillaume Ramos. Und zwar ist es nicht Daniel Elfadli, das steht immer noch aus. Es ist ein bosnischer Nationalspieler mit dem Namen Denis Hatzikadunic. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Ist nicht ganz so leicht, aber ich glaube, wir gewöhnen uns alle dran. Der Mann ist Innenverteidiger, 1,91 groß und hat letzte Saison unter anderem bei Mallorca gespielt, obwohl er eigentlich bei Rostov unter Vertrag steht, in der Premierliga in Russland. Aufgrund des Ukraine-Krieges dürfen aber ausländische Spieler einen neuen Verein sich suchen, bis der Konflikt oder der Krieg vorbei ist. Das ist zumindest die FIFA gesagt. Und deswegen war er auch letzte Rückrunde bei Mallorca und ist jetzt zum HSV. Also, ja, kann man sagen, verliehen. Ich würde es mal so beschreiben. Das, was wichtig ist, ist, dass er jetzt HSV-Spieler ist und dass er ein weiterer Innenverteidiger ist. Jetzt hat der HSV nach Guillaume Ramos und Hatzikadunic, der Name ist echt schwer, zwei Innenverteidiger geholt, sodass er sich wirklich zu einem Vierkampf entwickelt zwischen Sebastian Schonlau, Jonas David und den beiden Neuen. Das wird sehr interessant und das wird für mich eine interessanteste Position sein hier im Trainingslager, wo ich dann jeden Tag darauf achten werde und gucke, wie sind die Spieler drauf, wie interagieren sie miteinander, wie spielen sie zusammen und vor allem, wie motiviert sind sie. Jonas David und Sebastian Schonlau waren gesetzt. Der Wuskowitsch-Ausfall war auch in der Form nicht zu kompensieren. Ich weiß ja nicht, ob er auch in der Zukunft zu kompensieren sein wird, aber vielleicht sind ja die beiden Neuzugänge jetzt so eine Verstärkung, dass der HSV sich weiterentwickelt. Im ersten Testspiel gegen den FC Verden haben wir gesehen, dass die Abwehr immer noch nicht gut steht. Gegen einen Sechsligisten zwei Gegentore zu kassieren, das spricht jetzt nicht unbedingt für die Defensivleistung, aber man muss den Jungs auch mal das zugestehen. Sie waren im Urlaub, sie hatten eine lange Saison hinter sich und vielleicht passiert beim Erstspiel auch mal ein Ausrutscher. Ja, morgen würde sowas bestraft werden, da bin ich sehr sicher, denn Viktoria Pilsen hat natürlich eine ganz andere Qualität. Am Ende des Trainingslagers geht es dann sogar noch gegen RB Salzburg. Umstrittenes Duell aufgrund des RB-Konzerns. Tradition sieht anders aus, aber trotzdem ist es ein Gegner, von dem man sicherlich viel lernen kann. Von daher ist es sehr interessant zu sehen, wie der HSV sich gegen diese Mannschaft schlägt, gegen den Serienmeister aus Österreich. Viel passiert heute, ein Spieler wird sich vom HSV aller Voraussicht nach auch verabschieden, das ist Philipp Bilbia. Letztes Jahr ist er ablösefrei von Ingolstadt gekommen. Nach einem Jahr nur wird er den HSV auch wieder verlassen, in Richtung Paderborn, wie auch schon Maxi Rohr. Der HSV wird daran verdienen, das steht fest, aber ich finde es auch irgendwie schade, denn auch wenn Bilbia nie richtig gezeigt hat, was er kann, wahrscheinlich auch aufgrund der großen Konkurrenzsituation in der Offensive, ist es doch wieder ein Spieler, der talentiert ist, der sich beim HSV nicht durchsetzt und der wahrscheinlich auch einfach bei der Konkurrenz dann wieder aufblühen wird. Aber erstmal an dieser Stelle Fijo, Philipp Bilbia, alles Gute, danke für die Zeit in Hamburg und ja, viel Erfolg. Aber bitte keine Tore gegen den HSV. Haben sie sicherlich auch in den Vertrag reingeschrieben. Heute Abend ist die Mannschaft erstmal angekommen, sie ist von Hamburg nach München geflogen und dann mit dem Bus hier runtergefahren nach Kitzbühel. Wahrscheinlich geht es auch früh ins Bett und morgen dann in aller Frische auf den Trainingsplatz, der wirklich in Top-Zustand ist. Da muss ich ganz großes Lob aussprechen an die Greenkeeper hier in Österreich. Der Rasen sah top aus und das ist, ja, muss man sich daran erinnern, ist es ein Verein, der in der vierten österreichischen Liga spielt, das ist der SK St. Johann. Die haben einen Platz, also da kann sich mancher zweiten Ligist mal ein Beispiel dran nehmen. Ich werde mich morgen melden vom Spiel und euch auch weitere Eindrücke liefern zum Training. Guckt in den Blog rein, wenn ihr Lust habt zu lesen abends. Ich werde jeden Tag ein bisschen was schreiben und dann seid ihr hautnah dabei. Also, macht euch einen schönen Abend, wenn ihr das morgen seht. Habt einen schönen Tag und ja, viel Spaß beim Spiel morgen. Ich bin sehr gespannt, was tippt ihr? Generell, wie seht ihr jetzt die Saisonvorbereitung? Wie seht ihr die Transfers? Lasst uns gerne diskutieren in den Kommentaren. Lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, bitte abonniert. Ihr helft uns sehr. Wir freuen uns über jeden Abonnenten und jede Abonnentin. Dankeschön, macht's gut. Also, bis morgen.